da muss er lang sein du wirst etwas näses ich hab das Boot noch was ist ne das fährt den Kompakt hab ich auch ja ist ja gut aber du weißt nicht so hoch ist ich reite mal schnell nach Hause du mit dem boot schneller bist als ich mit dem pferd die musik passt jetzt nicht die eigentlich auch nicht da musst du hin dass die richtung ich bin dann mal weg wo müssen wir denn hin ich habe gar keine orientierung mehr so jetzt bin ich oben auf dem berg da ist das dorf ich kenne orientierung ich brauche dich ja da hinten lang hier ist ein lavastrom komme ich wieder runter und wo ist hier drüben bin ich hier denn richtig ich glaube ich nenne das pferd schackelin oder so schacke ach hier sind die geule dann viel spaß du weißt du so lange immer in der küste hast du ja gesagt ne das bild baut sich nicht so schnell auf wie ich reite bis morgen auf einmal sehr mutig das ist gemein ich bin ins wasser gefallen ich komme nicht durch den wald ich komme nicht durch den wald schon zuhause ich bin noch nicht durch das dicht dickig uhr kommen ich muss nochmal schwimmen so ein Boot fahren da mein Boot ist untergegangen dann bin ich erst mein Pferd ist untergegangen das arme Pferd tut mir irgendwie leid das scharf 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 ich hab nichts zum verzaubern ich hatte 18 Level vorher jetzt hat nie 16 jetzt hab ich 25 und du hast ich hab sieben Löffel gemacht ne neun ich hab weniger weniger es kam trotzdem so vor als hättest du eben mehr gemacht ja hab ich auch obwohl ich weniger gemacht hab oder mehr gemacht ja von mir ging es von 38 ja 28 auf 36 dann hab ich mehr EP gebraucht ok ich hab grad nochmal das Neta Portal geschaut ob da noch irgendein Schwein durchkommt aber nö aber nö aber nö ich hab nur zwei Bücher mit dir sooo ich bin mal gespannt ich nehme noch einen Heilungstrang mit das nächste Mal nö 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 da h nö witziger so können wir das nächste Mal wie viel haben wir denn jetzt das ist er ich hoffe dass man auf jeden fall losgehen große schutz 3 das ist auch in ordnung das habe ich glaube ich auch gut er war feuerschutz wie viel zeit zauberst du denn da hast du dein diamantzeug geholt oder mir fehlen noch zwei teile hosen und schuhe deine ofenkartoffeln blockieren die ganze küche so es wird besser wir haben drei bücher ach komm es wird dunkel dann können wir nochmal schlafen so als abschliessler ist das ist das gaul der liegt das gaul ist da unten drin und dann wird ständig geschubst der arme ständig nur der geschubst so es ist sechs so es ist sechs so hoffentlich das nächste mal versuchen wir mal die anderen kandidaten auf der einzuladen dass wir vielleicht ins end kommen vielleicht können wir noch mal gucken ein bisschen was haben wir auf jeden fall noch zu tun bis dahin herzlich willkommen ein fröhliches morgen zum let's play together minecraft hardcore mode mit dem bieterchen genau jetzt hast du das endlich mal gehört ich vergesse sonst immer den knopf zu drücken egal es ist mal wieder mitten in der nacht und wir haben uns gedacht warum nicht wenn nicht jetzt und zwar hatten wir letztes mal aufgehört da werden so was leckeres gebaut nicht wahr mit wasser und monster sammeln und ganz viel kaputt machen und töten wäre das nicht eigentlich auch sinnvoll gewesen wenn wir da steinschwerter hingestellt hätten weil wir machen ja immer unsere schönen schwerter kaputt ja 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 also vor allem ich verbrennung rückstoß haltbarkeit ja ich meine auch von haltbarkeit drei diamantschwert merken wir nicht so viel aber ja ja ist schon oh ich bin halt frei daher ich habe immer nur ein diamantschwert in der tasche wir haben ja nur 25 diamanten müssen unbedingt mal watti einladen muss man gut ich bin stolz ja die haue ich dann mal zusammen ich hab mich auch noch eine so ne gut ähm ähm es lag ja ähm da dran das wie es so viele diamanten müssen gemacht haben hm hm ich mach mal den nächsten ok das haben wir jetzt ein bisschen diamanten warum haben wir also die diamanten wir haben viele diamanten 25 ja ich guck mal was wir einen diamanten müssen gebaut haben ich geh mal gucken hm hm wie viele haben wir denn zwei oder drei hm 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 ja ich glaube ich aber wir haben es einfach nur so hingestellt hm da ist noch platz zu eins und im prinzip kann im ostflügel auch noch so n ding stehen hm ich bin ja nicht hab ich nichts hingestellt nö wir können aber noch zwei hinstellen finde ich 1 2 aber würde passen Ja, ich muss lesen. Ähm, was? Wir können ja im Prinzip nur... Ich dachte, vorhin ist mein Mikro kaputt. Ich hab's gerade gebrochen hören. Naja, nee, das geht ja noch. Komische Geräusche gemacht, als ich nicht gestimmt habe. Wie macht man denn nochmal? Du hast gebrummt? Ja, gebrummt. Da hab ich einen Stecker rausgezogen und da reingesteckt. Ja. Der Blick war gut. Wie macht man denn, ähm, Rüstungsstände? Ne, da haben wir keine mehr. Doch. Dass wir noch zwei Rüstungsstände da oben hinstellen, für später vielleicht. Wir müssen das ja nicht gleich aufstellen. Dann haben wir es schonmal. Hattest du noch zwei Bücher gesammelt? Also mir fehlen noch vier Level. Ähm. Und ich hatte vorhin einen Satz gesagt. Ich bin ja ein Freund der kurzen Wege. Was hältst du denn davon? Was hat denn das? Ah, ich hab's. Also, ganz einfach in der Mitte unten ein, äh, Stein stufen. Rechts und links noch einen Stock. In der Mitte und Stock und oben die ganze Steine. Ah, okay. Da kann man ja mit der nächsten Version dann auch Schilder und Feile, äh, Köcher und Höhe. Und nicht draufstellen, oder? Ja. Wer denkst du, dass sonst vielleicht nur zwei Hände haben? Ein Blitzvergab. Ach so, war für mich. Ja. War ist nur ein? Ich hab ja gar nicht. Ich hab ja gar nicht. Ich hab ja noch einen. Ich wollte es noch in die Schlafstube stellen, da ist ja noch Platz für zwei. Ja. Ja. Hier hüpft. Oh. Und vier reichen nicht, oder? Ah, ich kann die, glaub ich, auch aufm Teppich? Ja, ich kann die auch aufm Teppich stellen. Toll. Ne, ist das Hüpf? Das aber Föhn. Wer, wer hüpft? Huch. Ich glaub der Bildschirm ist nass geworden. Schön. Wer, wer Föhn? Ähm. Man könnte jetzt natürlich auch mit einer Lore zur Wüste fahren. Aber das fände ziemlich wie die Schienen. Ja. Hm. Ich bin dafür. Ist ja nicht das Gaul noch da? Ja. Das Gaul. Der, die das? Das Gaulomat. Gibt mehrere Möglichkeiten. Kannst du direkt aufm Teppich. Am besten hier so. Hier ist die so schief, oder so? Ja. Ja, blub. Mhm. Okay. Wer, wer Föhn? Alles. Ähm. Wir bleiben am besten hier oben, jetzt ein bisschen ruhiger. Ähm. Ach. Ich hab' ein leichtes Klavier geklimmt. Wir brauchen... Dings. Aha. Ja. Obsidian. Jetzt haben wir's. Ach so. Das haben wir ja noch unten. Wir brauchen 20 Obsidian wahrscheinlich. Äh. Das müssten wir haben. Ja, ganz kurz. Haben wir noch. 48. Also es wär' gut, wenn wir... Boah, dann ist das laut hier. Wenn wir im Nähte einfach noch einen Durchgang schaffen. Und zwar zu dieser komischen Monsterfalle da. Dazu müssen wir aber erst mal hergehen. Ja. Und müssen... Von dort aus ein Portal stellen. Und dann... In echten. Die Maschine dann noch mal hin. Du wolltest ja kein Pferd holen, ne? Nee. Klöp. Ich wollte mal was für die Hasis mitnehmen. Da, guck mal. Hier hab' ich in meinem Inventar zu viel. Haben wir eigentlich Schleimpuppel hier irgendwo? Nein. Wir haben... Doch, zwei. Ja. Dann lass' ich ihn erstmal. Dann lass' ich ihn erstmal, ja. Irgendwie. Dann bräuch' ich mal ein Slime-Sport. Dazu bräuch' ich doch am besten ein Sumpfgebiet oder so. Haben wir beides noch nicht befunden. Ein Sumpfgebiet oder ein Slime-Sport in der Erde? Es wird grad' dunkel. Perfekte Zeit zum Loslaufen, find' ich. Ich will los schwimmen. Komm. Schwimmen? Boot? Nein. Boot geht immer kaputt. Na warte, ich nehm' noch Eisen mit. Dann haben wir nix mehr. Ich hab' noch einen neuen. So, nimm' noch ein bisschen Eisen mit. Ich hab' auch keine Nahrung mehr. Ich muss nur noch was holen. Nee, ich hab' noch... Komm her, wir waren noch drinnen weg. Ach ja, wir haben ja da ange róe. Mööö- Ich will die Olden-Kartoffeln nicht erst nie stinken. Ich hab' ja noch ein bisschen Fleisch. Eeish brighten. Weiß' nicht wie süßamm. Zwei sind wir da noch ein Normale Schwert? Wieso hast du deine Rüstung da reingelegt? Ich kann dich ja noch verwursten. Genau, deswegen. Meine ist mir schon ein bisschen angekratzt. So. Achso. Ja. Es blüppt so ständig. Soll ich das Pferd? Nee, ich lasse es hier. Ich bin unterwegs. Moment. Ja, wo war es hier? Wenn es echt schwimmt. Wenn du übrigens an Land schnell bist, wirst du auch am Wasser schnell. Ja, ich sehe gleich gar nichts mehr. Und? Siehst du da aber auch was? Was war doch jetzt da oben? Da unten ist Kohle. Wie? Du weißt nicht, wo das war. Ging jetzt davon aus, dass du bist, wo? Ja, ja. Er hat aufgehört zu rennen. Hallo? Hallo? Achso, ja. Sehr gut. Wenn ich drei Tasten zugleich drücke, hörst du mich nicht? Komisch. Abgesoffen oder was? Nein. Bist du schnell? Ja, ich drücke STRG. Schwimm mich schneller. STRG? Mit STRG gucke ich nur nach vorne, äh, zoomen. Bei mir ist es irgendwie schneller laufen, da renne ich. Da, das habe ich auch für Pfeiltaste doppelt. Ja, doppelt. Aber wenn ich auf STRG einfach jetzt draufstehe, dann bleib ich im Rennmodus. Mann, vieler war eine Wacke. Ach, das war ein bisschen drauf. Weg für die Landschaft hier. Wo? Äh, meine Welt lädt nicht. Ich wäre dann viel schneller gewesen. Nein. Ich bin nicht, bin nicht, bin nicht, bin nicht. Ach, die kommt gleich entgegen. Ach, das war aber nett bei ihr. Achtung, ist gut. Ich bin 50 Blöcke hinter dir. Na, 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 na. Das ist ja immer noch. Die Tagesplaylist macht ja nichts. Na, 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 na. Sind wir alt ein bisschen fröhlich da? Hm, hm, hm. Das ist echt toll mit dem Shatter-Bot. Ich bin mein Name. Hallo, Pippi. Da bin ich noch Afrika lang zu blasen. Okay, ein bisschen Action. Bombenstimmung, meine Darm und Hand. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe es nur zu mir, inzwischen gehört. Müssen wir wirklich über den Berg rüber? Ja. Ja. Was war das denn? die 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 in den in den auch auch bei der Fliegeist grüß wie Sonnenbücher wir haben die lausig ja das geht hier schon irgendwie wo geht es jetzt weiter ich habe die flasche weg ach jetzt habe ich das gammelfleisch gegessen ich habe den zombie verspeist ich gar nicht tötet ich sehe ich bin weil hier das dorf kommen müssen zum dorf erst habe ich den zombie erschreckt dann habe ich getötet nämlich gegessen so von wegen der kann das nur ich kann das auch man sagt ja auch was du nicht willst dass man hier tun das wirklich vorher an den zu was denn hier passiert ist die tür so weit innen hast du die gebaut du hast nicht zufällig 40 und es hat man die hat aber was die anklicken und effizienz 2 silberhacke wenn man 10 frakte gibt gott die stöhnen kohle ich gehe mal aus der märkte 2 diamantrag und die eisen dann ist die schön 10 smaragde ich habe einen habe ich schon nein für 13 smaragde wo hast du dir her für 10 gibt es noch effizienz 2 eisen gibt dann müssen wir weitergehen noch weiter da waren auch schon viele einträge sicher dass wir vom silbenhändler reden aber doch mit eisen da ist erst kohle und die einträge kohle ganz ganz nach hinten eisen eisen barren eisenspitzsacke und diamanten gegen immer das ist gut ah 13 smaragde ok die mauern wir ein ich habe leider nur eisen blöcke dabei auch ein hasi sie magst du knochen sie mag keine knochen ja sie hofft nicht weg guck mal ich habe es professionell zugemacht ja gut ich würde sagen da kommen sie nicht mehr aus aber da kann die noch von mini zomi angefallen werden dann machen wir ganz so da werde bei einem kriper gefolgt du es laufen hier drinnen amok glaube ich das zum wir wollten in die wüste na kommt das kann mir vielleicht immer schön mit und noch einer das ist jetzt die kindergeburtstag oder vielleicht finden wir heute noch die wüste obwohl ich den weg dahin ja eigentlich ganz sicher dass wir den abkürzen wollen dass noch ein ende in der man in der man hey oh ja 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 ich weiß nicht wer ich dachte dir geht schlecht ich wollte das loch tiefer machen ich wollte den grad hey da ist kohle drin hm 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 da waren nämlich noch zwei kriper im umfeld ne nö 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 ich sehe schon von hier das ende in die hoch in dies weg der ist unter uns ich habe ihn verbrannt da hinten